Hier ist dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfachverkaufen. Ja, die heutige Folge ist für Menschen gedacht, die ein eigenes Geschäft haben oder eines eröffnen möchten oder sogar planen, irgendwann einmal ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Oder wenn du allgemein wissen möchtest, was ist denn dafür wichtig, dann bist du natürlich genauso dazu eingeladen, diese Folge verkäuferisch für dich zu nutzen. Ja, ich habe am Wochenende mal wieder ein Gespräch geführt, das sich auch ein Stückchen mit dem letzten Podcast deckt. In dieser Folge ging es darum, ist das klassische Verkaufen denn tot? Und meine Meinung ist ja ganz klar nein, weil wir immer noch bei Menschen kaufen wollen, weil wir emotionale Wesen sind, die ein wirkliches Vertrauen bei einem echten Verkäufer aufbauen. Und wenn du dazu noch einmal mehr hören möchtest, dann höre dir auf jeden Fall im Anschluss noch einmal die Folge 104 an. So, kommen wir nun zum Thema und zwar zu der Frage, macht es überhaupt noch Sinn, ein eigenes Geschäft zu eröffnen? Und auch hier stellt sich wieder die Frage, ob sich in Zeiten von Online-Marketing ein regionales Geschäft denn überhaupt noch lohnt. Und ich sage, wenn du es richtig verkaufst, richtig vermarktest, ist es durchaus möglich, auch in diesen Zeiten damit erfolgreich zu werden. Und genau das wäre auch der erste Punkt, den es zu beachten gibt. Du solltest auf jeden Fall online auffindbar sein. Ja, damit du direkt eine Vertrauensbasis aufbauen kannst. Entweder du nutzt die günstigen Anbieter, um erst einmal eine Standard-Webseite zu eröffnen, damit eben deine zukünftigen Kunden bei der Suche nicht irgendwie ins Leere laufen und du auch schon so ein paar Kundenstimmen einfangen kannst, um eine weitere Vertrauensbasis auszubauen. Du kannst natürlich zukünftig noch an einen Profi investieren. Am Anfang reicht eine Standard-Webseite für dich völlig aus. Weil Kunden informieren sich heute häufig vorab erst einmal online. Deshalb gibt es dieses Geschäft oder gibt es dieses Geschäft eben nicht. Dann zeige auf jeden Fall Bilder von deinem Angebot, deiner Ausstellung oder nutze sogar die neuen Möglichkeiten wie einen 3D-Scan, wo sich deine Kunden auch virtuell durch dein Geschäft bewegen können. Wenn du dazu gerne mal mehr erfahren möchtest, dann melde dich auch gerne bei mir. Da kann ich dir einen genialen Kontakt herstellen. Ja, weiterer Punkt ist, lege auf jeden Fall dein Profil auf einem Bewertungsportal an, wo dich eben Kunden finden können und auch bewerten. Weil Kunden holen sich damit auch zusätzliche Sicherheit, dass dein Angebot auch wirklich gut ist. So ein kleiner Tipp, lasse vorher Freunde und Familie eine anständige Bewertung machen, damit dort auch einfach schon mal was zu sehen ist. Übertreib das auf keinen Fall, sondern nutze das wirklich, um deine echten Kunden später bewerten zu lassen. Dann solltest du natürlich bei Google als Unternehmen registriert sein. Ich sehe das heute noch häufig, dass viele Unternehmen weder ihre Adresse, ihre Kontaktdaten, geschweige denn die Öffnungszeiten richtig hinterlegt haben. Und dafür investierst du gerade mal ein paar Minuten. Und darum ist das absolut wichtig, finde ich. Der nächste Punkt sollte natürlich ein ausreichendes Maß an Werbung sein, weil gerade in der Anfangszeit solltest du die sozialen Medien dafür nutzen, auf dich aufmerksam zu machen. Das sind auch ein paar Minuten an Investitionen für zum Beispiel eine Facebook-Fanpage, die deine Freunde dann natürlich fleißig teilen sollen, wenn es um deine Geschäftseröffnung geht. Ich bin ja ein großer Freund davon, Preise hochzuhalten für einen Marktstart. Macht es jedoch auch mal Sinn, eine Art Eröffnungsaktion zu machen, um auch neue Kunden in dein Geschäft zu bekommen. Damit steigt auch die Chance, dass Kunden wiederkommen oder es sich von Mund zu Mund weiterempfiehlt, weil wenn du das richtig angehst, kann das sehr erfolgreich verlaufen. Und noch ein Punkt, versuche auch mit anderen Läden oder Geschäften um dich herum zu kooperieren, weil gerade wenn ihr ergänzende Sortimente habt, dann macht es ja absolut Sinn, sich gegenseitig zu empfehlen. Wenn du zum Beispiel ein Anzuggeschäft hast ohne Schuhe, dann macht es doch Sinn, mit dem nächstgelegenen Schuhhandel zu kooperieren und sich weiter zu empfehlen. Oder es geht darum, passende Accessoires für den Anzug zu bekommen, ist eventuell ein Uhrengeschäft in deiner Nähe, welches die passende Armbanduhr anbieten kann. Also auch hier lohnt es sich, sich gegenseitig weiter zu empfehlen. Damit bekommst du vielleicht Kunden, die dich sonst nie besucht hätten, weil sie dann alles andere weiter in einem Online-Shop gekauft hätten. Und du siehst, es macht keinen Sinn, sich als Einzelkämpfer durchschlagen zu wollen. Da hilft dir weiterempfehlen, auch beim Ansehen unter den anderen Ladenbesitzern. Ja, auch das sind alles Unternehmer, genau wie du. Hier in Zürich gibt es sogar große Verbände dafür, wo sich über 100 Geschäfte erfolgreich zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Ein weiterer Punkt ist die von mir oft zitierte Extrameile, also etwas, womit der Kunde nicht gerechnet hat. Und das könnte zum Beispiel sein, gebe nach einem großen Einkauf einen kleinen Gutschein dazu, ohne dass dein Kunde damit gerechnet hätte. Das bedeutet gleich zwei Vorteile für dich. Der Kunde ist in der Dankesschuld, dass er sich denkt, jetzt bekomme ich sogar noch unaufgefordert etwas geschenkt. Und wo wird er den Gutschein denn natürlich einlösen? Richtig, beim nächsten Einkauf in deinem Geschäft. Oder er gibt ihn an einen Bekannten weiter, der wieder bei dir zu einem neuen Kunden wird. Warum geben denn zum Beispiel Parfümerien kleine Proben mit, damit sich Kunden dazu entscheiden, den dazugelegten Duft auch wieder in diesem Geschäft zu kaufen? Das ist einfach psychologisch bedingt. Dazu gibt es auch eine separate Podcast-Folge von mir, wo ich ausgiebig darüber spreche, über die sogenannte Reziprozität, also die Dankesschuld. Als kleiner Abschluss kann ich dir empfehlen, auch wie die großen Unternehmen auf eine Art Kundenbindungsmaßnahme zu setzen, sei es eine Stempelkarte oder eine Kundenkarte und eventuell gibst du dann bei einem Einkauf einen extra Rabatt oder es gibt einen Artikel nach Wunsch in einer bestimmten Umsatzgröße mit dazu. Da darfst du dann sehr, sehr gerne kreativ sein. Es geht einfach darum, dass sich der Kunde individuell von dir gewertschätzt fühlt, weil gerade so kannst du dir aus neuen Kunden dann auch Stammkunden züchten, die regelmäßig bei dir einkaufen kommen und idealerweise immer noch einen Begleiter dabei haben, den du wiederum ebenfalls als neuen Kunden gewinnen kannst. Meistens ist genau solch eine Karte der Grund, warum Kunden gar nicht erst anfangen, lange in irgendwelchen Online-Shops zu suchen und vor allem können sie den Artikel bei dir im Geschäft direkt mitnehmen. Das ist einer von vielen Vorteilen, die du gegenüber dem ganzen Online-Handel hast. Zeige deinen Kunden einfach, was sie mehr bekommen, bevor sie irgendwo online einkaufen gehen. Zeige, warum es sich lohnt, sich bei dir beraten zu lassen und zu kaufen. Somit bindest du langfristig Stammkunden und diese werden dich im Freundeskreis weiterempfehlen, weil das begeisterte Kunden einfach gerne machen. Und wenn diese auch noch fleißig positiv im Internet bewerten, steht einem erfolgreichen Ladengeschäft nahezu nichts mehr im Wege. Du siehst also, auch in Zeiten der Digitalisierung und der vielen Online-Shops kann es durchaus Sinn machen, ein eigenes und regionales Geschäft zu eröffnen. Das sind jetzt einfach nur ein paar wichtige Punkte gewesen, um es für dich einfacher zu machen. Wenn du noch detailliertere Fragen hast, zum Beispiel auch zu so einem 3D-Scan, dann setz dich gerne mit mir in Verbindung. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. Damit wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Wochenstart. Mach auch diese Woche wieder für dich zu einfachverkaufen. Und wir hören uns, wenn du natürlich wieder möchtest, in der nächsten Podcast-Folge wieder. Das war dein Oliver. Bis dahin. Mach's gut.